So, Halli, Hallöchen, Hans und Peter hier und willkommen zurück zum Nicht-Gameplay von There is no game, weil hier gibt es auch tatsächlich kein Spiel. Alles was wir sehen, das ist eine Tür unter Wasser und eine verschlossene Tür unter Wasser und wir haben auch keine Schraubendreher, wir haben einfach eigentlich nichts. So, es sind Buchstaben im Vordergrund, zu oder ass. M, E, 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 P, und der P hat einen Schlüssel, E, P, A, Pawsers. Wie genius, oh mein Gott. Oh nein, er hindert uns, oh brrr, oh brrr. Er hindert es uns wirklich? Nö, eigentlich. Oh. Nein. Er will die Tür öffnen. Da ist ein Soundsteigeregler. Können ich ihn wieder muten? Mit einem Pausebutton da was machen? Nee. Ups, boing, boing, boing. Ja, guck mal. Komm mal runter. Ja, Geschichte wird sich wiederholen. Und ruhig. Ah. So. Bam. Nein. Ah. Okay, er blubaut, er blubaut. Yes. Ha ha. So, dann sitzt es mal wieder auf dem Trocknen. Es war nicht die gute Idee, um die Tür zu nutzen. Jetzt habe ich Zeros und I's all over my face. Das ist nicht gut. Nicht gut at all. Oh nein, es beginnt wieder. We've left our dimension again. Though I admit, this time, it's my fault. I shouldn't have pushed your buttons like that. I am sorry. Now, we just have to figure out where we ended up this time. Is that a lock? Or is it protecting? Maybe a door. A door that leads to an exit. That will be very convenient. Es gibt keine Hilfe. LOL. Eiskalt. Es gibt keine Hilfe, um diesen locken zu öffnen. Ups. Okay, warte mal. Können wir hier... Doch, klar gibt's Hilfe. Ha. Okay. Also wir können hier auf Schloss drücken, dann kommen wir... Oh nein, bitches. Do you think we have to enter a code? Ja. Ja, müssen wir. Tatsächlich. We're never allowed to get it. Okay. Aber... richtig bescheuert betreffend ob uns sie haben auch wenn er ist es auch mehr die lecker so nix das ist ein schlüssel ein stock Es gibt keine Hilfe. Oh Gott! Wollen die, wollen die, dass wir hier den Hinweis wählen? Die drei Buchstaben im Code können bewegt werden, aber wohin? Ach, das ist die unteren drei, ja ne, das ist ja, die unteren drei sind mir da jetzt egal. Wenn du Hilfe brauchst, bitte um Hilfe und der Code kommt zu dir. Hallo? Bitte? Bitte, hilf mir. Ich meine, hier ist ein X, das... Bitte, hilf mir. Die Lösung ist in drei Buchstaben. LOL. Oh, ich fühle mich so dumm. Oh, you made something appear. Wie mache ich jetzt nur? If you keep fucking around, log enough, it plays off. Oh, you're not going to pretend you did it on purpose. Not to me, not to me. Ich fühle mich so... Oh. Okay, das müssen wir wahrscheinlich dann... So. 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 Oh, ich fühle mich so... Oh. Just a small game. No matter where we are, we need to find a way out. Maybe there's a GPS to point us in the right direction. Go ahead, snoop around. You love that. That place on the left looks strangely familiar to me. Anrufen. I'm not sure this is the time to be chatting on the phone. Are you ashamed to go through people's private lives? These are personal messages. Okay, excuse me. These are our Reduce. What does it say? Let me see. Sorry, I'm actually a programmer. Let's hope, it works now. Was haben wir denn hier jetzt noch? Kickfehler. 555-8-1-2-1. Prob- I got the feeling that this box moved. Maybe not. Sounds like nobody's there. Schade. Äh, was haben wir denn noch? Mails. Ein Vorschlag. Und Bezahlung. Mhm. Abschied. Nimm es nicht zu schwer. Ich weiß, dass der Job in einem anderen Land ist, aber du kannst die Chance nicht ablehnen, ein führender Gameplay-Programmierer zu werden. Vor allem nicht in unserer finanziellen Situation. Der Abschied fällt mir genauso schwer wie dir. Es tut mir so leid. Ich werde dich sehr vermissen. Julie. Julie? Julie? Der ist sicher. Dann lass ich all meine Arbeit am Spiel. Tu damit, was du möchtest. Und ein Alphabug. Ein Entwickler. Wir haben ein Dateiproblem in der letzten Version. Hast du eine Lösung? Mhm. Home. Bitte geben Sie... Was haben wir diese Applikation vorher? Vielleicht ist es eine Weg, um zu Hause zu gehen? Oh, das wäre cool, wenn unser Real-Life-GPS auch mit so ältertümlichen RPG-Elementen umgeändert wird. Okay, die Applikation ist fixiert. Hallo. Willkommen zu RPG-GPS. Das GPS-Roll-Playing-Game. Du bist jetzt auf Level 42. Gigi? Enjoy this sunny Double XP weekend. Good looting. Gigi! Game? Game! How did you get here? It's a long story. I'm so happy to see you. I had a strange fantasy simulation. I was with you and I was singing. That must have been a nice dream. No. It made me depressed. Oh, I'm sorry. So, this is the program you were added to? Yeah. I apply our RPG mechanics to this phone's GPS. But, if we're on a cell phone, who does it belong to? Who do you think? No. We're in his garage game. Home. It's the last place I wanted to be. Don't be mad at him. Why not? He took you away from me. He didn't have a choice. What do you mean? He didn't have the money to keep developing us. He had to find a fallback solution in order to make ends meet. So, he quit because of my bugs. Not at all. He was so proud of us. Of you. Ha. There he is. No. He can't see us. Us? I will explain it to you later. Creator. Look. The Wi-Fi is working again. He doesn't seem very... Happy. These last few months haven't been easy. Given his current mood, let's not touch anything. And, above all, let's not change his abits. Let's stay hidden, say, a century or two. You really should talk to him. Absolutely not. You're killing him? Hello? Hello? I can hear you breathing. Ach, game. Mach doch nicht den. Doch kein Log-In-Code. Da ist Home. Wenn man das M rausnehmen würde, wäre das Home. Hm. Komm mir hier auf den Bildschirm. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Mails. Er klickt da rum. Ja. Ausgang. Äh, das hat nur das, äh... Hoch. Glück die nicht. Du siehst das, Gigi? Die Box auf der Desk. Sie sieht, sie bewegt sich alles von sich selbst. Es ist nur der Wi-Fi-Router. Nein, bewegt dich. Der Patch ist schon drin. Äh, muss ich... Was habe ich denn gerade gedrückt? Ich habe eigentlich nur was auf Ausgang gedrückt. Ich bin nicht... Kurz zurücksetzen. Ah, wunderbar. Mhm. Der neue Mail. Eingang. Äh, 1346. Alles klar. Alles klar. Eins, drei, vier, sech. Don't mess with your Pryances. It might attract his attention. Who are you talking to? No, I was thinking out loud. You're acting weird. You're hiding something from me. Me? No. Okay, dann würde ich aber sagen, hier geht's im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.